Hallo, ich bin Naima. Ich zeige euch heute mein Leben in Mogadiscio. Ich habe keine Mutter und ich habe keinen Vater. Ich bin ein Waisenkind. Hier habe ich gewohnt. Es gab weder sauberes Wasser noch einen Schlafplatz. Doch heute habe ich dank Helptunja wieder eine Familie. Ich habe neue Geschwister und ich bin nicht mehr alleine. Dank an eure Spenden erhalten wir warme Mahlzeiten. Wir kriegen Unterricht und in meiner Freizeit spiele ich gerne mit meinen Geschwistern. Außerdem bekommen wir gesundheitliche Untersuchungen, damit wir nicht krank werden. Danke, dass es euch gibt und unterstützt uns bitte weiterhin. Ähle, 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 Ähle